Dieser Chrysler bietet jede Menge Platz für die ganze Familie. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und eine Automatik. Das geräumige Interieur bietet sieben Personen den Komfort von einer Klimaautomatik, einem Regensensor, Servolenkung und Zentralverriegelung. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir stellen das Auto bereit für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017